Herzlich Willkommen bei Gameplay Deluxe. Hier ist wieder euer Zocker Andi. Wir spielen heute ein Tower Defense Game, Toy Defense 4. Willkommen bei der Mission 11. Die Abklingzeit ist noch lange lange hin. Wir fangen an mit, ja mit welchen Tower? Mit dem hier und mit einem Dicken. Jetzt ist die Frage nur, wo nehmen wir ihn? Hier. So, einen kleinen können wir uns doch nur leisten. So, dann so. Jawohl, so haut es hin. Das ist nice. Blockieren sich gegenseitig. Das finde ich natürlich super. Und wir können unseren zweiten Fettsack leisten. Den Dicken Tower hier. Jawohl. So haut es hin, Leute. Jetzt kommen die Roten schon. Wow. 13 Waves Hammer vor uns. Waves 2 Hammer. So, wir werden beschossen. Die werden aber gleich zerlegt. Und jetzt kommen schon Lufteinheiten. Die werden wir dann ordentlich begrüßen. Müssen wir schauen, wo sie lang kommen. Von oben, glaube ich. So, die kommen hier. Das einzige, was wir haben, ist hier. Hä? Haben wir nur ein einziges? Gut, dann müssen wir das hier einsetzen. Er kriegt aber dann gleich zwei Upgrades. Die brauchen wir auch. Und reparieren nicht vergessen. Schwierig, schwierig, Leute. Wir haben nur eine Luftabwehr. Das gefällt mir überhaupt nicht. Wir müssen das hier upgraden, damit wir nicht so durchkommen. Nochmal. So, das haben wir. Nächste Wave. Als nächstes sollte man die dicken Kanonen hier upgraden. Wenn man sie schon schön gekauft haben, sollte das gehen. Ich glaube, die Luftabwehr kommt, klar. Noch, ja. Aber nachher braucht es ja auch einen Upgrade. Jetzt kommen hier so viele kleine. Na, dann müssen wir den upgraden. Das ist klar, aber sonst geht das überhaupt nicht hier. Und der kriegt das nächste Upgrade hier. Wir werden den hier als erstes voll upgraden. Gibt mir 150, komm. Jawoll. Dankeschön. Wir kriegen eine Reparatur. Und wir sind bei Wave 6. Flugabwehr kommt klar. Hat sich auch eine schöne Reparatur verdient. Derzeit geht's. Viele Tanks kommen jetzt. Das heißt, der kriegt gleich wieder ein Upgrade. Diese Tanks geben nicht viel Kohle. Das ist ein bisschen scheiße. Halten sehr viel aus, aber geben fast keine Kohle. Das ist ein bisschen blöd. Upgrade. Und Reparatur. So, die Luftabwehr braucht auf jeden Fall noch ein Upgrade. Sonst wird es jetzt ein bisschen kritisch auch. Die Reparatur ist noch drin. Upgrade muss noch ein bisschen warten. Aber es geht sich noch aus. Allerdings braucht der hier Upgrades langsam. Aber ich möchte zuerst den mittleren hier machen. Dass man den hier auf den Max kriegen. Der wird nämlich dann richtig schön reinhauen. Auch mit einer Super Range. So, der muss ein bisschen einstecken. Der kriegt eine Reparatur. So, haut hin. Reparatur. Reparatur. So, wie kommt die Luftabwehr klar? Das ist jetzt die Frage. Gut, die schießen mit. Von daher geht's. Ansonsten wird's kritisch, ne? Der kriegt dann das nächste. Oh, die kommen jetzt von zwei Seiten. Ne, 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 ne. Die Luftabwehr braucht jetzt das. Die müssen wir jetzt schnellstens upgraden. Ansonsten haben wir hier ein riesen Problem, Leute. Die Luftabwehr ist im Moment das Wichtigste. So, ein bisschen was wird uns durch. Können wir irgendwas hier haben? Die Hammer! So, gerade noch, dass die aufhalten. Aber das wird nicht lange halten hier. Aber lang genug. Lang genug, Leute. Es ist sich ausgegangen. Der kriegt Reparatur. Der kriegt Reparatur. So, haut hin. Die Luftabwehr braucht dringend Verstärkung. Der da unten auch, so wie das aussieht. Ja, aber der da oben auch. Mach mal den da oben zuerst. Der muss ein bisschen mehr reinfetzen. Sonst fahren die uns hier durch. Das ist nicht gut. So, Reparaturzeit. Reparaturzeit. Luftabwehr ist das nächste. Weil die kommen sicher von oben. Und es wird jetzt kritisch. Das war vorher schon kritisch. Und es wird nicht besser werden. Luftabwehr ist im Moment das Wichtigste vom Upgrade her. Upgrade. So, Hammer! Gibt auch schön Moos. Es ist nicht so viel, aber es geht. Ruf! 12 von 13. Der braucht eine Reparatur. Kommen wieder Flieger. Ich muss die Luftabwehr ausbauen. Und wir müssen den hier ausbauen. Beziehungsweise natürlich auch den hier. Noch kommen sie klar. Wir reparieren ein bisschen. Jo, es läuft. Wave 13 von 13. Let's der Wave, Leute. Let's der Wave. Luftabwehr kommt. Klar bräuchte aber Verstärkung. Aber es geht noch. Es geht noch. Bevor ich irgendwas mache, schau mal. Gut, wir werden den hier upgraden auf Max. Weil es sind sehr viele Fußsoldaten. Wow. Und auch sehr viele Tanks. Upgrade. Upgrade. So geht das. Es ist noch keiner durchgekommen, was mich ehrlich gesagt wundert jetzt an der Stelle. Das wundert mich glücklich. Aber es läuft zu halbwegs. Ich werde hier... Wow, 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 wow. Der wäre fast gestorben, der Tower. Einer ist durch. Scheiße, 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 scheiße. Aber kann passieren, ne? Ja. Reparieren. 2 sind Uhr. 4 sind Uhr. 5, 6, 6 sind wir. Okay, aber wir haben's. So, jetzt nehmen wir unsere Tower hier wieder. Du kommst hier hin. Du hier. Du hier. Und du da. Opa, nein. Du kommst hier hin. So. Der kommt da hin. Und wir haben's. Wir kriegen, ich glaub, 250 Sterne, oder? Ja. Jo, fast geschafft. Aber fast ist leider auch nur fast. Aber wir kriegen wieder Sterne und die brauchen wir. Weil ich möchte das da. Das da. Das letzte. Das wird ordentlich ramsk. Wir machen wieder mal einen Cut. Wenn es euch gefallen hat, abonniert mich. Liked mich. Schreibt einen Kommentar. Ich würde mich wirklich drüber freuen. Bis zum nächsten Mal. Euer Zocker Andi. Let's Play. Tschüss. 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 Tschüss.